Sammy Klaus, du liebe Mann! Nein! Argovia Klaus, du liebe Mann! Der ist nicht lieb! Der macht sich selber! Ho, 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 Argovia Land! Richtig! Der Argovia Klaus bringt das ja keine Nuss und Beeren. Der Argovia Klaus bringt eine Rute. Und zwar für alle, die schon längstens eine verdient haben. Also meldet uns eine Person an, die so eine braucht, und ich gehe vorbei und suche sie! Schnell, meldet euch auf argovia.ch! Eures Weihnachtsradio! Ho, ho, ho!